dann gehen wir gleich zu pull horizontal unilateral da ist nämlich die königsdisziplin das gute alte kurzhandel rudern und die mt choice das gute alte kurzhandel rudern und jetzt haben wir es glaube ich endlich geschafft dass das könnte man sogar heute immer noch so stehen lassen weil gutes altes kurzhandel rudern ein bisschen anders mit sicherheit gecuht und gecoacht als damals ist nach wie vor einfach geil so so gut talking about rotationsübungen für thorax fette oblieg action reach auf der gegenseite geiler stretch auf dem latz geile konzentrik durch den latz so was willst du mehr geiler wechsel aus produktion retraktion schulterblatt so kurzhandel rudern ist nach wie vor einfach super geil wenn man es gerade macht auch da ist der andy tut immer so als könnte ich nicht kurzhandel rudern weil er halt nicht verstanden hat wie widerstandskurven und momentum funktioniert aber ja das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen das also irgendwas musst du ja können irgendwas machst du bei kurzhandel rudern schon gut weil sonst hättest du nicht auch so einen fetten serratus und ausgebildeten also man muss schon einfach sehen dass du irgendwas bei zugbewegungen schon richtig machst weil sonst wäre der nicht so stark wie er ist ist so gar nicht was ich sagen soll letztlich bin ich würde vielleicht also so wenn man sich anschaut wie so klassisches kurzhandel rudern trainiert wird also wie der körper positioniert wird dann würde ich vielleicht ist gerade so dagegen halten also für mich ist gerade so die nummer eins das ist aber wieder nur mein persönlicher aspekt die nummer eins variante für eine unilaterale horizontale zugbewegung ist für mich eher so ich bin in einem staggered stance und stehe mit meinem hinteren bein mit wall reference und dann ziehe ich auf der y-lateralen seite und mit der anderen gesehen am montag hast du mit dem jacob gemacht zum beispiel das ist für mich aber auch wieder so das ist sicherlich viel weniger hypertrophiereiz wenn man in diesen terms auch wieder denken will mehr als wirklich wieder so eine thorax verschiebende bewegung im raum nach hinten das mal warum das setup mit den beinen so geht also halt so das geht halt also für mich ist das irgendwie also eben geht spezifisch nachgeahmt quasi einfach von einem vom half kneeling row quasi übersetzt quasi in diese in diese stehende position und du musst vielleicht mal ausprobieren dann wirst du spüren wie wie das quasi halt einfach wenn ich reache und und ziehe eben halt im wechsel weil das mache ich ja also wenn du so willst ist es eigentlich auch eine reziproke bewegung und nicht per se eine unilaterale rein vom vom aspekt des gewicht bewegens und so weiter bin ich auf jeden fall auch hier on the same page im wahrsten sinne ich meine ich glaube da haben wir letztens auch in irgendeiner folge sogar darüber geredet halb knieendes rudern am kabelzug einarmig ist auch also gleiche gleiches level wie kurzhandel rudern wenn man es geil macht und auch da bei solchen varianten wo du quasi einen freien arm hast wenn du den wenn du mit dem freien arm die gegenbewegung machst von dem arm der die last bewegt so das sieht vielleicht albern aus oder so aber es ist halt geil so weil dann bewegt sich der brustkorb und dann bewegen sich die rippen und beide schulterblätter halt irgendwie so wie sie es sollen und wenn man das dann auch noch in der richtigen position halb knien macht vielleicht sogar noch die hüfte ein bisschen mitnimmt und so da passiert so viel geiler scheiß einfach also nicht nur durch den brustkorb sondern auch noch durchs becken durch die adduktoren du hast du diese connection kontralateraler glut und lat das arbeitet zusammen also auch wieder geld ist geil ich habe auch gerade überlegt ob man die nicht machen könnte mit einer echten referenz wo man mit der freien hand quasi rein drückt habe ich doch immer gemacht auf jeden fall das ist total geil brauche ich muss ich mal eine bank hinstellen oder also irgendwas was halt stabil ist ja aber eigentlich total geil weil dann hast du quasi das was du bei einem kurzhantel row ja immer hast was im kurzhantel row auch so geil macht ebenso dieser du schiebst in die bank wenn du ziehst das kannst du dann halb knien machen in dieser aufrechten position und hast vielleicht auch noch mehr action durch den unterkörper du kannst es du kannst es vom hinteren seil zu kommen machen indem du quasi da wirklich reachen musst gegen widerstand aber da ist meine erfahrung dass das irgendwie so das ist nicht das gleiche weil du hast immer die möglichkeit dass dass du den arm trotzdem verlierst weil weil du der seil zu bewegt sich ja das heißt wirklich einen constrain zu haben dass du eine bank hast oder irgendwas wo du dagegen drücken muss wo du auch nicht den kontakt verlieren darfst das ist auf alle fälle ein viel besserer constraint das wäre das wäre mir dann auch wieder zu viel stabilität wenn ich das zb mit einem band mache oder so auf der seite das ist nicht das gleiche also das ist nicht geil auf eben er lasst auf der auf der eigentlichen zug seite konzentrieren absolut wollte ich kann noch irgendwas dazu sagen ach so genau weil gesagt dass es sieht albern aus ja es ist schade dass es albern aussieht weil quasi halt der kontext von krafttrekens übungen halt so wenig variabilität wie möglich zulässt deswegen darf man natürlich nicht den arm irgendwie wie sieht das aus und so weiter was macht denn der für eine komische übung also bin der dann der die ganzen letzten sieben monate und so weiter was ich dir sage ist es sieht vielleicht noch albern aus für das go der leute irgendwann mal wird man sich über die lustig machen die letztendlich isoliert irgendwelche muskeln nur noch treffen wollen die sich wie roboter bewegen ganz genau diese wie roboter bewegen und es wird ganz normal dass der freie abend eine reziproge bewegung ausführt weil wir halt menschen sind ja das war ich krieg's nicht mehr zusammen wer es mir jetzt erzählt hat aber ich hatte letztens wieder so dass das halt irgendwer hat irgendwo trainiert in irgendeinem gym und wurde dann so angesprochen so hey du du kennst doch bestimmt mt mt so das finde ich wirklich das allergeilste wenn leute quasi an der art und weise wie sie sich im gym bewegen und was sie für übungen machen so so hey wir sind doch irgendwie brüder im geiste du du hast doch auch schon von mt gelernt oder so wie geil ist das eben wenn jemand irgendwie da musste ich eben gerade denken daran denken du machst du wie ein reziprocken ruderzug und der freie arm bewegt sich reziprok mit und wenn da irgendwer im gym ist der sich quasi auch mit unserem staff beschäftigt der ist ja gleich so absolut sieht man sieht man definitiv sieht man ja auch im elbchirm also sind einige leute die die sehrlichen blueprint trainieren definitiv schon gut schön ich glaube das ist es auch mit unilateralen zug bewegungen da bin ich auch da muss ich auch gar nicht kreativer sein als kurzhandel rudern und cable single arm cable rose halbkniend ja ich bin immer also gerade bei zug bewegungen unilateral oder reziprok da habe ich immer wieder bock rumzuspielen und so weiter das macht total spaß finde ich also gerade so diese variante wo reach man und gegen was reach man oder mit was reach man und so weiter um um noch mehr quasi wirklich so eine echte verschiebung und eine echte eine echte thorax bewegung zu erreichen und auch eine echte eben eine relative thorax bewegung keine thorax orientierung absolut eine relative bewegung eben die einfach unabhängig links von rechts stattfinden kann und so weiter diese ganzen dingen sind einfach so geil ja so ein guter weg dem system quasi wieder beizubringen oder es zu trainieren einfach dass eben gewisse strukturen sich unabhängig voneinander bewegen können und das das macht am ende halt gute effiziente bewegung aus also auch wenn bei dem thema so gute bewegen was soll das schon heißen das ist zum beispiel ein element von guter bewegung das zeigt mir dass sie sich jemand gut bewegen kann ist dass sich nicht alle strukturen halt nur als einheit bewegen können sondern dass sich strukturen losgelöst voneinander individuell bewegen können dann kommt was wunderschönes dabei raus und ich meine und dann musst du dir vor augen halten was wenn wir jetzt genau das den satz den du gesagt hast darüber schreiben würde würden über die liste da würde sich einfach halt so viel verändern weil es einfach so ist dass es geht nicht um starr sein es geht nicht um kühlschrank sein es geht nicht um roboter sein sondern es geht genau ums gegenteil wenn wir in auch im kraftraum bewegungsoptionen fördern was wir können wenn wir einfach besser besser bewegen lernen dann ist es doch total geil und und noch eins was vielleicht letztendlich so diese optisch getriebenen menschen triggert und und catcht also shoutout jacob die vielleicht noch gar nicht den den tiefgang verstehen worüber wir so sprechen und so weiter allein wenn man besser zugbewegungen trainiert wird man allein schon geilere bauchmuskeln haben weil es einfach so ist dass es damit einhergeht dass man eine echte range of motion erreicht dass man besser atmen kann und so weiter und so fort das heißt die die muskulatur eben des bauchraums wird durch dadurch einfach auch viel mehr gefördert also shoutout an deine serati zum beispiel das ist mein prunkstück ja ich weiß ja und geilere rückenmuskeln ja das sowieso auch weil du ja auch viel effektiver deinen rücken trainieren kannst wenn du es unilateral macht so ist was bilateral also hätte ich zum beispiel wie so eine hammer strength row maschine oder so zur verfügung so da könnte ich mir so mies den lad aufblasen und auf jeden fall besser als mit einer bilateralen variante vor allem wenn die keinen support hat also talking about langhandel rudern zum beispiel so da machst du halt mit deinem ganzen körper halt generierst du schön gewalt aber wie viel eben sinnvoller hypertrophiereiz dann zum beispiel auf den lad kommt das ist dann die andere frage